Oh nein, äh ja, hallo, da geht's gleich schon gleich los, ich hab mich mal Zeit hier. Ja, ja, wir sind, ouch. Ja, ich hab immer noch keine Ahnung, wie wir sie bis hin sollen, oh mein Gott, immer noch keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht treffen lassen. Nimm das! Okay. Ich test das einfach mal. Sonst haben wir ja gerade keine Chance, vielleicht drückt er das ja auch was. So wie mit den, ähm, Wesen. Das ist auch beim letzten Mal passiert, deswegen der Gedanke gewesen, dass wir bei den anderen Typen, äh, einfach nix machen müssen. Okay, er legt jetzt was. Ist meine Theorie jetzt richtig, dass ich wieder abwarten musste? Jo. Oh, jetzt sind wir. Oh, jetzt sind wir. Also, ich wird wieder zurück. Oh nein, ich weiß, wo ich da hingehe. Nein, ich geh nicht dazu, den heulen Mädchen. Mist. Hier scheint Ende im Gelände zu sein. Schaut, hey. Ja, jetzt kann ich euch mal erst mal so richtig begrüßen. Das war ja gerade schrecklich. Ja, erst mal wieder ein Willkommen zurück. Und ja, wir machen erst mal den kleinen Horrorschocker weiter. In einer hoffentlichen 60 FPS. Ich hoffe, das seht ihr auch. Ja, ein bisschen an der Qualität, ein bisschen nach oben schrauben, wenn es möglich ist. Ich habe jetzt diesen Rechner dafür. Und ja, bei dem vorigen Test und so hat eigentlich alles wunderbar funktioniert. Also theoretisch müsstet ihr jetzt eine bessere Qualität haben. Zumindest eine Bildqualität. Sound, naja. Ich kann ja schlecht an meiner eigenen Stimme operieren, als es euch besser gefällt. Okay, sie ist gerade kaputt und ich höre ein Heulen. Ich mache das jetzt schon nicht. Wie konnte man den Ding wechseln? Okay. 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 Wir untersuchen eine bezahlere Serie von Grabschändungen. Bisher können wir nur bestätigen, dass in allen Gräbern verstorbenen Kinder herbeigesetzt waren. Der Sprecher der örtlichen Polizei machte keine niedrigen Angaben. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Oh Gott, das fängt da schon gar nicht gut an. Kinder. Horror Nummer 1. Na, das konnte ich auch nicht mit einmal sehen. Na gut, da kommt eigentlich der rote Umrandung. Was? Noch ein Geheule. Das ist ein E, das ist ein F, ein P, ein A, ein A. Oh, ein Z, ein L, P, E, D. Äh. Was? Was? L, P, E, D. P, E, C. Ich schieße ein F aus. D. Okay, ich brauche nur noch neue Brille. Äh. Oh. Oh, oh. Nein. Renn. Oh. Oh. Ah! Linda! Where were you? Huh? Where are the others? Are you alone? Where's Eera? What about Donnie? Yayan? And Miss Ziska? Oh. 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 Oh! Huh? Oh, so, da. Sieht aber nicht so gut aus. Schwere Verwundung. Okay, wir müssen von der Seite anquatschen. Ich bin okay. Glenn, Cell. Es ist nicht tief. Ich bin gut. Danke, Gott. Aber Ira? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was über sie kam. Linh, Ira, dein Freund. Du musst sie retten. Ich weiß, dass sie dich hört. Ich versuchte, dass sie unterhalten. Aber sie war zu stark. Wir sollten uns auf die Brücke zurückkehren. Das ist meine Schuld. Nein. Das ist eigentlich verwundet, dass sie überhaupt leben. Oder Donny. Ich hoffe, er ist in einem besseren Platz. Ich habe gar nicht eine Chance bekommen, zu sagen, Bye. Ich hoffe, Ira und Yayan sind okay. Es ist okay, Frau Siskel. So, er ist hier. Okay. Ähm. Ähm. Guck mal den Dateien. Find mir hier irgendwas? Was? Ich weiß, Ira wird dich nie hörten. Aber bitte. Sei vorsichtig. Okay, Musik ist jetzt weggegangen. Oh mein Gott. Okay, geht's nicht durch. Wenn ich jetzt weggehe, dann... Ähm. Passiert was? Das weiß ich jetzt schon. Okay, den Weg. Oder den Weg. Ah ne, sieht nicht aus, dass er hingeht. Huh? Hä? Okay, geht's. Ihr scheint mich irgendwo hinzuführen. Okay. Das kann doch nicht gut enden. Das ist nur sie. Das macht doch gleich so. Okay, ist nur sie. Oh, das 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 ist nur sie. Okay. Okay. Oh, das ist nur sie. 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 Oh, ich kann es nicht aussehen? That's my name. Don't wear it out. But have you met Susie yet? Say hello to Linda, Susie. Hi, Linda. Um, well, actually, I don't really know. Let's ask Susie. Susie says, it's somewhere you aren't supposed to be. Okay, let's ask if you know how to get away from here. Oh, God. Um, she said there's a radio tower in the village nearby. You can climb the ladder to the top and then fall all the way to the... Susie! That's not funny. That's mean. What do you mean? No, we never came a living. Okay. Mit dieser Frage? Also, ob sie jetzt die Freunde getötet haben? Okay, okay, okay. Einer von euch denn getötet hat oder warum hält man uns hier fest? Um, don't you have anything to say? Oh, wenn ich lange warte? Okay. Ehm, ich würde sagen, wir fragen uns mal mit Donnie, denn das ist ja ein deutsches Gneter. Wenn sie wirklich jemanden enthört... Uh, that's probably my other sister. The second one. I know she's crazy, but... But I don't think she... Ah, I see. He's already done. Okay, okay, I know, geez. Sorry. We're forbidden from telling the secret of the dead. Any more questions? Mein Herz! Warum hält man uns hier fest? We're not supposed to be here. You know. We won't get out of here eventually. But before we make you leave, we have to make sure that you regret coming here. So you'll never return. Hehehehe. 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 Doesn't matter... That's not a problem. We're just doing your job. Do we do an job here? Honey. Fine. Let me show you a trick. Was heißt sie ist auch schon tot Du kannst die Schlüssel benutzen um zu meiner Freundin zu sprechen Oh, sie muss mich kalt machen Nein, sie spielt nur mit dir Aber ich weiß sicher, dass wenn du sie in ihrem Zimmer entdeckst, sie wird wahrscheinlich angreifen Sie wird wahrscheinlich dich verletzen, zu verlassen Ich werde dich nur töten, ich weiß nicht Oder warum bringen sie... ha 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 Schön, los geht's Uh, nein, danke Ich werde hier bleiben Und Eva bleibt, auch Nein, ich mag sie Sie hat... etwas... du wirst nicht verstehen Ich bin hier verletzt, in diesem Ort Aber mit ihr, ich kann gehen woher ich möchte Sie überhaupt nicht wissen sie? Nein Sie sehen nur was sie dir zeigt Ich bin hier Ich bin hier Sie können auch nicht erinnern Sie den Filmnummer Ähm... Oh f**k wenn wir sagen wir das ist eine geheimnummer oder wir sagen wir haben ich verarsche mich nicht ich sage aber natürlich weiß ich genug scheiße scheiße du hast ja keinen hinweis ok ich weiß jetzt auch nicht nein ich weiß nicht weiß ich gar nicht was ich drücke ja ich gebe zu ich weiß es nicht um um ähm Gut, das ist noch keine Oculus Rift Haar. Oh, da liegt sie. Und da ist sie weg. Da, ein Schlüssel. Okay, jetzt wieder zu. Okay. Okay. Okay, dann gehe ich damit einmal weg. Auf einmal. So. Seit dieser Grabräubergeschichte drehen hier alle am Rad. Einige meiner Nachbarn sagen, dass diese Fälle sie ein schwarzmagisches Ritual erinnern, das früher praktiziert wurde, sagt uns Susi 16. Im Moment verlassen wir nur für die notwendigsten Besorgungen das Haus. Da draußen ist irgendwo ein Spinner, der Kinder anführt und sonst was mit ihnen anstellt. Das alles macht mir wirklich, wirklich Angst. Okay. Okay. So. Na ja, wir haben noch ein paar neue hier. Beispiel hier, den Pogong. Die verfluchte Seele eines Menschen, der in seinem Totengewand gefangen ist. Der Legende nach Beflit... Beflit? Okay. Da beflit der Pogong die Lebenden, seine Stricke zu lösen, auf das er seiner Reise in das Totenreich ungehindert fortsetzen mag. Die übliche Vorstellung ist, dass ein Pogong nicht nur hüpfend bewegen kann, da seine Füße zusammengebunden sind. Sich nur hüpfend bewegen kann. Achso, jetzt. So, und der Pogong König, gegen wir gekämpft haben, dieses Wesen war zu Lebzeiten einmal ein äußerst mächtiger Hexedoktor, dessen Sehen von einer höheren Macht verflucht wurde. Im Tod bekam er diese monströse gigantische Gestalt und sollte auch ewig in seinen Fesseln leiden, bis zum Tage des jüngsten Gerichts. Oh, 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 oh. Entführt die Kinder der Lebenden ewig auf der Suche nach Ersatz für ihren Verlust. Ah, das ist also diese Story, die wir da haben. Okay, jetzt müssen wir in dieses Haus. Oh, mein, ja. So wie es aussieht. Ich bin ein bisschen zurück. vielleicht war der damen wohl gar nicht reinkommen wenn sind ja gut sein aber das wird mir erst in der nächsten folge ausfinden dann müssen wir sagen wenn es euch gefallen hat dann schaut bei mich ein bis dahin